Solarenergie ist weltweit als nachhaltiger Energieträger immer mehr gefragt. Zur Umwandlung der Sonnenenergie in Strom dienen Solarzellen, die heute meist aus Silizium als Grundmaterial hergestellt werden. Vom Ausgangsmaterial zum Solarmodul ist es ein komplexer Fertigungsweg. Schunk ist dabei ein wichtiger Partner und Zulieferer, unter anderem mit Komponenten aus hochreinem Graphit und Kohlenstofffaser-verstärktem Kohlenstoff, CFC, für die Polysiliziumherstellung, Kristallzucht und Waferverarbeitung. Wafer nennt man dünne Scheiben aus Silizium, die als Grundplatte für Solarzellen dienen. Aus Siliziumwafern werden in zahlreichen Beschichtungs- und Bearbeitungsschritten Solarzellen, die anschließend zu Solarmodulen verbunden werden. Die Herstellung von Solarzellen ist sehr anspruchsvoll, da schon kleine Ungenauigkeiten oder Verunreinigungen die Energieausbeute der Solarzelle entscheidend verringern. Präzision und Reinheit spielen deshalb eine entscheidende Rolle im ganzen Prozess. Graphit und CFC-Komponenten von Schunk für die Wafer-Bearbeitung erfüllen diese Anforderungen perfekt. Solarzellen werden in speziellen Beschichtungsöfen mit einer Antireflexschicht aus Siliziumnitrit versehen. Dazu werden die Wafer in Trägersysteme, sogenannte Carrier, eingesetzt, die zum Transport und zur exakten Positionierung in der Beschichtungsanlage dienen. CFC-Carrier von Schunk haben neben einer hohen Festigkeit eine niedrige Masse und geringe Wärmekapazität und vermindern damit den Energieverbrauch. Im Bereich Solartechnologie ist Schunk Kohlenstofftechnik weltweit ein erfolgreicher Partner und Zulieferer. Kein Wunder, das Unternehmen ist mit dem gesamten Herstellungsprozess von Solarzellen bestens vertraut. Zu den Kernkompetenzen zählt die Herstellung von Komponenten aus hochreinen und beschichteten Werkstoffen für den Hochtemperatureinsatz.